Hallo, es ist ein langer Tag, die Kostekrabe hat längst geschlossen, ich werde einfach mal nach Hause gehen. Hallo, tut mir leid, Sir, wir haben leider geschlossen. Ahoi, die Kostekrabe, was kann ich für Sie tun? Pizza? Natürlich haben wir Pizza, unser Lieferdintenfisch springt sich sofort vorbei. Mr. Krabs, wir bieten ja gar keine Pizza an. Und wir liefern auch nichts. Wir liefern auch nichts, du wirst das tun. Kann das nicht Sponsport machen? Prima Idee, kannst du ihn ja mitnehmen. Bugteil geprüft, Stoßstange geprüft, Stoßstange aufgeben, geprüft. Tja, alles bereit, Tadeus, wir können weiter, wir können loslegen. Toll, dann darfst du auch fahren. Das geht nicht, ich bin noch in der Fahrschule. Machen macht dasselbe wie in der Fahrschule. Ja, okay, Moment, wie war das noch? Ausparken. Ach so, ausparken. Park aus. Schon gut, schon gut, okay. Du sollst den Rückwärtsrank ending, Spons, Spons. Rückwärts, rückwärts. Los, ausparken. Ich park aus. Ich habe ausgepackt. So, Toll, du hast ausgepackt. Und weißt du was noch? Du hast den Tank leergefahren. Wo ist die Straße? Wir sind hier mitten in der Eindrüde. Und hier ist breit und breit, breit der Straße. Und weißt du was noch? Ich glaube fast, die Pizza wird kalt, Tadeus. Die Pizza wird kalt, mein Gott, die Pizza wird kalt. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Die große Krabbe-Pizza ist die Pizza. Für dich, und bin ich. Die große Krabbe-Pizza ist die Pizza. Spons, Spons, mir tut die Tentackeln weh. Ah, äh, ah, ah. Ah, ich glaube. Nee, Tadeus, ich glaube, zu Stamm kannst du hier längs. Hier längs? Du meinst hier entlang? Na, dann gehe ich da hin. Spons, warte. Die große ganze Pizza ist die Pizza für dich und mich. Die große ganze Pizza ist die beste Pizza für dich und mich. Spunsch, wir müssen was essen. Ich habe gehört, wenn es hart auf hart kommt, haben die Pioniere ihre Blätter gegessen. Bitte, Tadeus, iss. Ah, oder war es doch Dreck oder Erde? Ja, das war Dreck, Spongebob. Gib mir die Pizza, Spongebob. Wir haben der Kundschaft Treue geschworen. Du hast recht, die Kundschaft geht vor. Ja. Vielleicht sehen wir besser mal nach, ob die noch in Ordnung ist. Okay. Oh, nur mal spicken. Nein, es reicht schon, es reicht schon. Ich glaube, ich habe was gesehen. Oh, wow. Wow. Ein Bild von einer Pizza. Oh, ja. Die Peperoni. Sieht doch lecker aus. Oh, ja. Einen Moment mal, Tadeus. Ich weiß genau, was du vorhast. Du hast nicht zu, dass du die Pizza isst. Gib mir die Pizza, Spongebob. Nein. Gib mir die Pizza, Spongebob. Niemals. Niemals. Gib mir die Pizza. Gib mir die Pizza, Spongebob. Moment mal, Tadeus. Wir sind gerettet. 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 Sicher sind wir gerettet, Spongebob. Jetzt gib mir die Pizza. Das ist doch unser Auto. Ja, das ist unser Auto. Ein wunderschöner alter Pandel. Die Pioniere sind meilenweit auf diesen Dingern geritten. Und der ist doch prima in Schuss. Ja, los. Lass mich fahren. Wir haben eine Pizza auszuliefern. Hallo, ich bin der Kunde für die Pizza. Sehr schön, dass ihr die habt. Oh, danke für die Pizza. Aber wo ist mein Getränk? Ich habe doch ein Getränk bestellt. Als anständiger Pizzabote habe ich natürlich an ihr Getränk gedacht, Sir. Oh, danke schön. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das in dieser Folge so passiert. Wow, das ist aber ein wunderbar überraschendes Ende. Ja, also danke für eure Aufmerksamkeit, liebe YouTube-Freunde. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, schreibt einen netten Kommentar und lasst ein Like oder Dislike da, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ja, willst du noch was sagen? Ja, diese Folge zu drehen hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch das Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.